Kurtl ist ein Pokémon mit dem Typ Feuer und existiert seit der dritten Spielgeneration. Kurtls Körper ist rötig braun gefärbt. Sein Hals und seine Beine sind jeweils durch eine graue ringförmige Färbung geschmückt und seine Füße tragen spitze Krallen. Auf dem Rücken trägt das Pokémon einen grauen Panzer, wodurch es einer Schildkröte erinnert. In der Mitte dieses Panzers befindet sich eine große Öffnung, aus der Kurtl dicken Rauch versprüht. Unterhalb des Gehäuses lagert es Kohle, welches es in den Bergen sammelt und verbrennt um Energie zu erzeugen. Dies macht sich auch optisch bemerkbar. Der Panzer besitzt rings um die Öffnung in der Mitte weitere Öffnungen. Diese leuchten durch die mit der brinnenden Kohle entstehenden Flammen in einem glühenden Rot. In seiner Shiny-Form verfügt es über einen gelblichen Körper mit rosafarbenen Zierstreifen und einen ebenfalls rosa gefärbten Rückenpanzer. Kurtl ist ein sehr langsames, aber relativ kräftiges Pokémon, das sich durch eine besonders robuste Verteidigungskraft auszeichnet. Dieses resultiert aus seinem sehr harten Panzer, der es vor körperlichen Attacken schützt und sich in Attacken wie Panzerschutz, Schutzschild oder Hausbruch widerspiegelt. Kurtl ist für den dichten Rauch, den es ausstößt, bekannt, welchen es Feinden mit Smog oder Rauchwolke entgegenwirft. Es erzeugt im Inneren seines Panzers durch Verbrennung von Kohle heiße Flammen, die es für kraftvolle Feuerattacken wie Hitzewelle, Flammensturm oder Inferno ausnutzt. Auch in seinen Fähigkeiten finden sich Rauch und Feuer wieder, während Exemplare mit Pulverrauch, welches bis zur fünften Generation die Spezialfähigkeit Kurtls war, vor Statusveränderungen geschützt sind, erzeugt dürre, warmes Sonnenwetter. Andere Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Panzerhaut auf und sind durch die harte Schale vor Volltreffern geschützt. Kurtl ist Lebensraum, bilden warme felsige Bergregionen, häufig auf Vokangegenden. Wilde Exemplare sind beispielsweise beim Feuerregenpfad in Hönn oder beim Glühberg in Alola anzutreffen. Da befindet es sich mit Artegenossen zu großen Gruppen zusammen, um zum Beispiel in stillgelegten Bergwerken nach Kohle zu graben, welche seine Energiequelle darstellt. Es füllt mit der Kohle die Hohlräume seines Panzers und verbrennt sie. Wird es angegriffen, stößt es dichten Ruß aus, Panzer und Nasenlöcher aus und wobei es ein dampflokartiges Geräusch von sich gibt. Rauch lässt sich auch seine Gesundheit ablesen. Stößt Kurtl ihn kraftvoll aus, geht es ihm gut. Ist die Kohle jedoch verbrannt, kann er sich zunächst mal nicht mehr bewegen und gerät dann in Gefahr zu sterben. Träne eines Kurtl müssten daher stets genügend Brennmaterial zu handhaben. Dabei hat Kurtl keine Vorschriffe, das auch nicht dazu in der Lage sich weiterzuentwickeln. Mit dem Typen Feuer nimmt es halben Schaden gegen Käfer, Stahl, Feuer, Pflanzen, Eis und Pferd-Tacken, doppelten Schaden gegen Boden, Gestein und Wasser-Tacken. Der Rest macht normalen Schaden.